Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Die Gegner sichern den Behälter. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Feinde aushalten. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Den Gefahrgutsbehälter beschützen. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters abhalten. Ein Gegner verbleibt. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Spezielle Ladung. Abstand halten. Achtung. Es geht los. Nachladen! Gegner eliminiert. Einer Trucks verbleibt. Erfolgreich. Ich bin weg! Fünfzehn Sekunden. Es bleiben noch zehn. Noch ein Gegner übrig. Fünf Sekunden. Feindliche Aktivitäten für die Drohung neutralisieren. Gefahrgutbehälter sichern. Eigener Druckradgegner eliminieren. Wechselmagazine! Wechselmagazine! Zone ist bereit. Lade aus! Entsprechend. Den Raum sichern und Sicherung des Behälters einstellen. Ein Sicherheitsbild. Die Drohung neutralisiert. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Wie langweilig. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Wir sind weiter. Nur noch ein Gegner übrig. Okay. Den Dio-Befahrhutbehälter beschützen. Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, Sicherung des Raumes einstellen. Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisiert. Ich lade nach. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert wird. Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivitäten. Ich lade mein Magazin! Ich lade mich. 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 Ein Gegner verblendet. Ich lade mich. Okay. Nur noch ein Gegner übrig. Sofort verlassen. Du bist aufgeflogen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Ich lade mein Magazin! Sofort verlassen. Sofort verlassen. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Sicherung des Raumes einstellen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Einer vom eigenen Druck verbleibt. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ein Gegner verbleibt. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Bedrohung des Geheimen des Geheimen des Geheimen. Was ist das? Platziere Sprengladung. Letzter verbleibender Gegner. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich.